Hallo Leute! Willkommen bei New Home Medieval Village. Dies ist Teil 5. Ja, wir sind wieder hier in unserem kleinen Dorf und ich denke mal, das sollte hier noch ordentlich größer werden. Oh, da leuchtet was rot. Die Gewürze gehen aus. Die können wir glaube ich selber anbauen. Jetzt gucke ich erstmal bei der Wirtschaft. Wir machen Plus. Das heißt, bei Bedarf könnten wir auch so ein Gemeinschaftsgebäude gebrauchen. Feuerwehr haben wir hier glaube ich schon. Das ist gut. Das ist das Wichtigste. So, aber jetzt bauen wir ein Feld für den Gewürzanbaum. Oh, oh! Guck mal hier! Vieh, Obstgarten! Ja! Jetzt mache ich erstmal eine Ackerfläche für das Gewürz und dann bauen wir Viehställe und Obstgarten. Cool! So, kann man jetzt größer? Nee, immer noch begrenzt. So, okay und da soll Gewürz angebaut werden. Gebäude hat Zugang zu Wasser. Wunderbar. Ja, machen wir hier gleich noch was. Auch wenn das Geld kostet, aber das bringt ja auch Geld. Ich mache jetzt erstmal Vieh. Das ist dann zwar hier so durchmischt. Unser landwirtschaftlicher Bereich, aber... Ach, das lockert das nur auf. Oh! Kühe! Kühe! Mal gucken, ob man da auch was einstellen kann. Ist das cool! Und zwar Fleisch, Getränke... Okay, klar! Milch! Logisch! Kühe! Schafe, Schweine! Super! Super! Jetzt gucken wir uns mal die Schafe an. Ja, die sind auch nett. Aber ich denke mal, ich bleibe dann erstmal bei Kühen. Ich will die nur alle erstmal angucken. Die Schäfchen. Jetzt gucken wir die Schweine an. Ja, sofort rennen sie alle hin und arbeiten bei den Tieren. Die finden das wohl auch cool, dass da jetzt Tiere sind. Lustige Schweine mit schwarzem Gesicht. Oder nehmen eher so einer schwarzen Stelle im Nackenbereich oder Halsbereich. Lustig sehen die auch. Aber ich gehe jetzt wieder zu kühlen. Und die anderen Sachen machen wir, wenn das Dorf noch gewachsen ist. Aber einen Obstgarten würde ich jetzt gerne noch machen, bevor ich das Dorf wieder wachsen lasse. So. Den, den möchte ich auch sehen. Ich mache hier einfach mal so weiter. Und dann gucken wir mal auf den Brunnen. Tja, das wird knapp. Da muss ich wohl noch einen Brunnen bauen. Aber den baue ich dann auf der anderen Seite von dem Obstgarten, damit er dann die nächsten vier Felder versorgt. Hier, wir haben schon 21 Gewürze produziert. Das ist zwar noch rot. Obstgarten. Das ist ja cool. Sind sie also fleißig am updaten. Einfach so, ohne dass ich da was merke. Weiter als sieben geht nicht. Okay. Ja, so. Oh, Bäume. Ja, logisch. Wie habe ich mir einen Obstgarten auch anders vorgestellt? Ja, super. Mal gucken, ob man da auch was auswählen kann. Dann müssen wir jetzt weder Fleisch kaufen noch Obst kaufen. Wir können jetzt alles selber herstellen. Jetzt sind wir Selbstversorger. Waren, Früchte. Gut, ist okay. Wenn es nur eine Sorte Früchte gibt. Hauptsache, die Leute sind zufrieden. Super. Da könnte man gegebenenfalls auch mal so ein... Ah, Wasser, Brunnen. Oder reicht der noch? Ja, Gebäude hat Zugang zu Wasser. Okay, dann lassen wir das erst mal. Aber wenn ich dann hier weiterbaue, dann stelle ich hier irgendwo einen Brunnen hin. So. Hier gucken wir mal nach der Attraktivität. 21 immerhin. Zufrieden sind sie nicht so ganz. Aber sie haben Beschäftigungsmöglichkeiten. Attraktives Nachbardorf-Tanatest. Ähm, mhm, mhm, mhm. Das finde ich aber lustig. Ähm, damit ich da ein bisschen besser klarkomme, habe ich einen Testspielstand gemacht und habe auf dem etwas geübt. Und habe den Bogen jetzt so halbwegs raus. Ich hatte nämlich nach dem Tutorial erst mal zwei Folgen aufgenommen und bin furchtbar pleite gegangen. Dann dachte ich mir, ich muss ein bisschen üben. Und habe die beiden Folgen in der Versenkung verschwinden lassen. Ah, und hier haben wir gute Chancen auf Bessergestellte. Das ist gut. Gucken wir mal, ob wir schon Bessergestellte haben. Jo, fünf. Die müssten dann hier auch schon eingezogen sein. Dann gucke ich hier mal bei den Wohndingern. Gucken wir. Na, einfaches Haus wird jetzt dringender gebraucht. Bauen wir noch ein paar einfache Häuser. Aber wir sollten dann auch Häuser für Bessergestellte bauen. Oh, und ich muss hier vergrößern. Dann vergrößern wir erst mal. Straße. So. 1500. So teuer wird die Straße? Ah, okay, okay. Ich habe jetzt übrigens auch herausgefunden, wenn man hier die Alt-Taste drückt, da kriegt man ja Linien angezeigt. Und diese Linien, die zeigen wahrscheinlich an, wie die, wie groß, wie man die Abstände machen muss, damit man die Häuser optimal rein platzieren kann. Also, dass man die Straßen nicht zu dicht zusammen macht. Ich lasse da gerne ein bisschen Luft und so. Also, ich will gar nicht alles dicht an dicht bauen. Aber ich finde das ganz gut, wenn ich hier so baue, sehe ich, okay, da habe ich genügend Abstand, um da eine Reihe Häuser zu machen. Und habe dann noch etwas Luft zu den anderen Häusern. Und das mit dem Kurven machen, habe ich jetzt auch besser raus. Also, die Alt-Taste muss man gedrückt haben. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon gesagt habe. Und zwar muss man die Shift-Taste drücken. Und dann einmal mit der Maustaste drücken und loslassen. Dann kann man eine Kurve ziehen. Und vielleicht mache ich hier nochmal einen Kurvenpunkt. Nein, Shift-Taste drücken und einmal klicken. So. Weil es ist natürlich wirtschaftlicher, wenn man mit geraden Straßen arbeitet. Aber ich mag das irgendwie gern, wenn das so ein bisschen gebogen ist. Das wirkt dann organischer, finde ich. So, hier machen wir noch ein paar Querstraßen. Bei denen mache ich es mir einfach, die mache ich gerade. So. Jetzt haben wir hier schön viele Wege gemacht. Dann bauen wir noch ein paar Ausplätze. Lassen wir da ein bisschen Luft für ein Geschäft vielleicht. So. Ja, da passt jetzt gerade nichts mehr rein. Naja, vielleicht kann man da eine Deko-Sache hinmachen. Wie gesagt, ich habe es nicht darauf angelegt, optimal dicht zu bauen. Sondern, dass es irgendwie gefällig daherkommt. Vielleicht mache ich da nochmal wieder einen Laden. Und wenn ich die Karte voll gebaut habe, dann müssen wir halt eine neue Karte bauen. Also, wenn wir dann immer noch Lust haben, das zu spielen, beziehungsweise ihr mir zuzuschauen dabei. Erstmal mache ich hier an die geplanten Stellen Geschäfte hier und dort. Und dann baue ich einen Ortsteil für die Bessergestellten. Was ist denn hier eigentlich? Habe ich da schon was angelegt für die? Mal gucken. Normales Haus. Da sieht man jetzt gar nicht mehr die Zahl. Aber ich denke mal, das hier sind schon normale Häuser. Dann bauen wir hier weiter normale Häuser. So. Und dann lassen wir ein bisschen Platz. Das sind ja etwas reichere. Die wollen Platz haben zu ihrem Nachbarn. Und noch einen Laden. Oder vielleicht sogar zwei. Und vielleicht können wir auch noch so eine Werkstatt bauen. Jetzt gucken wir erstmal die Finanzen an. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Und das alles mit normalen Standardsteuern. Also da musste ich jetzt noch nichts erhöhen. Im Prinzip ist das Geheimnis für den Profit bei den Spielen, wie bei vielen anderen Spielen, nicht so schnell Gebäude bauen, die Fixkosten haben. Also diese Feuerwehr, Schule und so weiter. Sondern lieber Platz dafür lassen. Das sollte ich auch bedenken. Dass ich da Platz lasse. Und erst, wenn man im Plus ist und das braucht, dann die Fixkosten erhöhen. Und jetzt so ein Produktionsgebäude kostet natürlich was. Ich schau mal, was ich da noch schon habe. Nicht, dass ich lauter Schneidereien mache. Vier Schneidereien habe ich schon. Und noch keine Brauerei. Und das geht ja gar nicht. Also muss jetzt... Jetzt brennt es, aber die Feuerwehr kommt. Das ist doch schön. Also, eine Brauerei muss her. Ganz, ganz dringend. Ist ja komisch. Wir haben recht viel Getränke. Irgendwie produzieren wir Getränke. Ja, ist das nicht... Nee, das Gebäude ist ein bisschen anders. Aber das würde hier hinpassen, die Brauerei. Packen wir mal hier eine Brauerei hin. Und produzieren wir Holz. Muss ich hier auch mal gucken. Oh, Diebe. Überall. Schneiderei, Unterhalt, Fünfgebäude, Herberge. Vielleicht haben sie das hier zusammengefasst. Hier haben wir eine Schneiderei. Da eine Brauerei. Dies hier ist ein Arbeitsplatz. Ah, so ein blaues Zonengebäude. Hier haben wir eine Brauerei. Also, wir haben doch eine Brauerei. Und hier haben wir eine Holzfällerei. Das ist okay. Und sonst noch was? Hier haben wir praktisch beides. Eins, zwei, drei. Vier. Ah ja, und fünf haben sie angezeigt. Das mit der neuen Brauerei. Okay. Dann baue ich jetzt hier vielleicht noch eine Holzfällerei hin. So. Ja, die passt doch hier ganz gut hin. An den Rand zum landwirtschaftlichen Bereich. Und hier können wir Unmengen verkaufen. Dann gehe ich mal hier auf Waren verkaufen. Wir könnten 2000, eins, zwei, drei Getreide verkaufen. Und Gemüse könnten wir auch 1000 verkaufen. Das lohnt sich jetzt richtig. Ja. Getränke könnten wir 500 verkaufen. Und dann ist auch erst mal gut. Gewürze haben wir jetzt auch ordentlich. Das finde ich toll, dass wir jetzt alles selbst produzieren können. Und auch noch ein Plus machen durch die Steuern. Das ist schon super. Wenn ich jetzt schneller expandieren wollte, dann könnte ich vor allem die Zeit mal schneller stellen, könnte ich auch ein zusätzliches Dock hinbauen. Aber momentan bin ich hier mit dem Bauern eigentlich ganz ausgelastet und das gemütlich zuzuschauen. Gucken wir mal, was da für Neuankömmlinge kommen. Arm, 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 Arm. Alle Arm. Okay. Jetzt schauen wir mal hier die Statistik an. Ja, da hat sich nicht so viel getan. Aber ich denke mal, das wird bestimmt bald besser. Und wir könnten uns bestimmt noch irgend so ein Versorgungsgebäude leisten. Wir haben die Feuerwehr und sonst nichts. Jetzt gucken wir mal hier. Gesundheit fehlt am meisten. Dann bauen wir doch mal eine Klinik. Oh. Und Arbeitsplätze haben wir nur 80. Dann brauchen wir ein paar mehr Arbeitsplätze. Hm. Ja, das wurde zwar nicht gemeldet, aber so sieht es aus. Dann bauen wir noch ein bisschen ein paar Felder. Und das war ja jetzt dann auch richtig, dass ich noch eine Bauerei und eine Holzfällerei gebaut habe. Und wir bauen noch ein paar von diesen Geschäftsgebäuden. Oh, hier sind wieder Neuankömmlinge. Besser gestellt. Sehr gut. Sehr gut. Zwei Familien praktisch, die besser gestellt sind. Ja, und sonst... Oh, hier noch welche. Ein paar. Man könnte die Leute auch so richtig verfolgen, die Leute. Also nicht im Sinne von, dass man sie verfolgt, sondern dass man schaut, wie es ihnen geht im Laufe der Zeit. Vielleicht kriegen sie auch mal Kinder oder so. Und was sie arbeiten, wie zufrieden sie sind. So. Irgendwas wollte ich zuerst machen. Geguckt haben wir. Will ich noch Arbeitsplätze bauen? Also noch Landwirtschaft? Naja. Da wir jetzt so viele schöne Möglichkeiten haben. Und dann haben sie auch mehr Arbeitsplätze. Ja, sie wollen auch. Machen wir noch ein bisschen Vieh. Zwecksvielfalt. So. So. Und diesmal nehmen wir Schafe. Und dann können wir sehen, ob wir schneller Getränke produzieren oder schneller Fleisch. Also, ja, bei denen kann man das ja umschalten. Und ich denke mal, Gemüse brauchen wir auch noch mehr, wenn wir jetzt das wachsende Dorf haben. Ach, ich wollte eine Klinik bauen. Genau. Das war's. So. Dann baue ich jetzt erst mal eine Klinik und dann baue ich hier noch weiter. Eine Klinik. Bei Stufe 4 können wir die große Klinik bauen. Vielleicht macht das Sinn, so lange zu warten. Mal gucken. Erfahrung bis zur nächsten Stufe. Tja, was. Die große Herberge wird auch freigeschaltet. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber ich denke mal, wenn wir kurz vor der großen Klinik sind, macht das Sinn, da zu warten. Ja, dann baue ich jetzt hier noch ein Feld. So. Vielleicht noch ein Gemüsefeld. Ah, und Häuser für arme Dorfbewohner brauchen wir auch wieder. zu Gemüse, jawohl. Und soll ich hier Getreide noch machen? Warum nicht? Wenn ich schon dabei bin. Die Fläche ist zu groß. So. Getreide. Ja, und dann sehen wir, ob die Verteilung gut ist oder nicht. Also in der Praxis braucht man ja mehr Getreide und Gemüse als Obst. Aber vielleicht ist das hier ja auch anders. Und vor allem auch Gewürze braucht man natürlich weniger als Getreide und Obst. Habe ich das eingestellt? Getreide und Gemüse. So. Jetzt brauchen die neue Wohnhäuser. Tüpp, 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 tüpp. Ja, dringend. Dann mache ich da gegenüber auch eine. Obwohl, man kann es ja auch abwechselnd machen. Abwechselnd machen. Hier zwei Wohnhäuser. Und... Oder hier sogar... Passt da dann noch eins hin? Nee. Da mache ich dann ein Gewerbehaus. Und hier mache ich ein Gewerbehaus in der Mitte. Und da mache ich dann ein Gewerbehaus an der Ecke. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch für unsere Bessergestellten noch neue Zonen zuweisen. Ja, jetzt haben wir fast den Level 4. Zehn Punkte fehlen uns noch. Gut, mal gucken, wer so kommt. Mal wieder laute Arme nur. Da sind noch ein etwas älteres Paar. Oh, da brennt's. Schafft es die Feuerwehr bis dorthin? Sieht gut aus. Und ich gucke mal die Finanzen. Oh, hier sind die gut. Aber die große Klinik wird auch ordentlich Geld kosten. Also, jeden Monat, meine ich. Beziehungsweise jeden Tag. Was ich auch gucken wollte, ist, ob unser neu gebautes Haus hier schon verbaut wurde. Also, dies ist das erste Haus, was ich gebaut habe. Und dies das zweite. Hier auch noch mal. Und... Nee, da sehe ich es nicht, das neue. Das müsste auch bei den Armen sein. Hier ist ein Gewerbehaus. Und zwar wenn, dann bei den Neugebauten. Ah, da oben ist es. Da ist es. Mit dem kleinen Zäunchen. Und dem bläulich schimmernden Dach. Wunderbar. Na ja, wenn man will, kann man da ganz fleißig bauen. Und auch die Häuser für die etwas Bessergestellten sehen auch entsprechend besser aus. Hier, die haben da so einen Sockel und Steine. Da kann man auch schöne Sachen bauen. Und ich denke mal, die für die noch wohlhabenderen sehen dann noch besser aus. Jetzt gucke ich hier mal Zonen für die. Eins ist noch frei. So. Oh, passt nicht hin. Das ist aber schade. Das ist ja sehr schade. Bisschen zu eng gebaut. Tja, ob ich dann die Straße versetze. Weil das ist jetzt hier wirklich sehr knapp, dass es nicht passt. Oder kann man da vielleicht was anderes dann hinsetzen. Hier kann ich auf jeden Fall nochmal eins hinbauen. Und dann gucke ich mal, ob da vielleicht noch eine Schneiderei hinpasst. Ja, die passt. Dann ist ja gut. Okay. Und haben wir noch freie, normale Geschäfte? Nee, die sind schon alle gebaut. Gut, dann da wird eins hinpassen. Oder auch hier. Ich denke mal, hier macht Sinn. So, und das Geld fließt rein. Oh, ich habe Level 4. Wunderbar. Dann kaufen wir die große Klinik. Und eine große Schule sollten wir uns dann auch leisten. 180 kostet Unterhalt am Tag. Passt die hier hin? Passt die hier hin? Da würde sie hinpassen. Ist ein bisschen zu weit rechts eigentlich. Weil die auch noch die Felder mit Gesundheit versorgt. Gucken, passt die auch hier hin? Ja, da wäre es eigentlich besser. Ich glaube, ich baue die hier hin. So. Und wie viel haben wir noch übrig? 325. Ob ich uns die Schule auch noch gönne? Kostet 150. Ja, da haben wir noch genügend Luft. Für zur Not noch eine... Eine Feuerwehr, man weiß ja nie. Ich denke mal, so kann ich das erst mal nehmen. Und später baut man dann da drüben noch eine Universität hin oder so. Ja, jetzt müssten die auch noch zufriedener werden. Mal gucken. Oi, oi, oi. Ja, besser Gestellte ziehen jetzt schon gerne her. Aber noch keine Wohlhabenden. Ja, wir können hier noch ordentlich da nach links ausbauen. Denn unser Dock ist ja hier. Aber das ist gut so. Denn wenn erst mal die Reicheren kommen, dann brauchen wir für die ja auch noch Platz zum Bauen. Und die wollen bestimmt nicht alle da hinten wohnen. Und ich könnte überlegen, ob ich hier noch ein zweites Dock hinbaue. Hm. Na, ich denke, das werde ich mal überschlafen. Und da gucken wir dann mal in der nächsten Folge, ob wir den Zuzug beschleunigen wollen oder ob wir es lieber so gemütlich weitermachen wie bisher. Beim nächsten Schiff könnten wir auch noch mal Getreide verkaufen. Warten wir das noch ab. Das ist wieder langsamer geworden. Erstmal Waren verkaufen. Ja. Also wir verkaufen von allem, was wo wir über 1000 haben. So. Brennholz kann man sogar auch verkaufen. Kaufen. Wir produzieren viel. Das ist gut. Das bringt zwar immer nicht sehr viel Geld, dieses Verkaufen. Hier, da können wir 3000 verkaufen. Aber es läppert sich. Früchte haben wir jetzt auch schon viele. Ja, also unseren Bedarf können wir gut decken mit Früchten. Natürlich, wenn das Dorf viel größer wird, dann irgendwann nicht mehr. Sehr gut. Gucken wir mal. Ja. 219 täglicher Gewinn, obwohl wir Schule und Klinik gebaut haben. Das ist doch fein. Jetzt gucken wir hier noch die Neuankömmlinge an. Besser gestellt. Und besser gestellte. Na, das ist doch fein. Gut. Ja. Dann schauen wir mal, wie wir in der nächsten Folge dann noch weiter expandieren können. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.